Hallo und herzlich willkommen zurück auf PappauTV. Wir starten durch mit der Iron Man Challenge. Heute Folge 2. Schön, dass ihr Folge 1 geschaut habt. Falls nicht, schaut doch bitte Folge 1. Ich verlinke es euch oben rechts in der Infobox. Wir sind aktuell Level 16. Und ich würde sagen, rein ins Spiel. Würden eure Reisen sicher sein? So, es geht für uns weiter mit der Quest, was wir in Folge 1 noch nicht beendet haben. Mit Kopflos. Wir dürfen jetzt abgeben. Jetzt steht, wir sollen mit Kanarizilwasser sprechen. Weil irgendwie ein Problem mit Morlocks in der Nähe herrscht. Ja, mal gucken, was die gute Frau von uns möchte. Was geht ab? So, wir sollen also sieben Stinkdrüsen sammeln von Morlocks, von beliebigen Morlocks und Blaukiem. Der Blaukiem. Von daher geht es. Und sie hat auch noch einen Haufen Kruki für uns. Mögen eure Reisen sicher sein. Also, Kukulistenkiefer. Intakte sammeln, sechs Stück an der Zahl. Müsste eigentlich machbar sein. Was kann ich für euch tun? So, Gebirgsvierde Katrin hat auch noch eine. Acht. Lochfußharte soll man töten. Nehmen wir natürlich mit. Je mehr Quest, desto mehr EP. Immer schön und Questen macht Spaß. So, ähm, ich geh mich noch mal schön reparieren, weil ich hab kein Mount, das reparieren kann. Und man solle sich auf jeden Fall reparieren. Also, ich find's immer noch faszinierend, was man alles so wahrnimmt. An Umgebungsgeräuschen, an Grafikdetails. Und es ist einfach sagenhaft, die Welt neu zu entdecken. Es ist schön. Ähm, bei der Nicht-Ian-Man-Challenge wäre ich da jetzt einfach runtergesprungen und hätte es überlebt. Oder auch nett, das wäre mir ja egal gewesen. Man wird vorsichtiger, wenn man die Iron-Man-Challenge spielt, da man ja nur ein Leben hat. So, schauen wir mal, der Schwarzbär, ob der uns angreift. Das sieht nicht so aus. Ist schon mal ein gutes Zeichen. Ah, da ist schon der Erste. Aber wir gehen ein bisschen nach links und fangen an mit links, uns durchzuklopfen. Weil wir brauchen ja immerhin sieben Stinkdrüsen eines Molochs. Oder der Molochs. Somit schauen wir mal. Beim ersten war nichts dabei. Ich sehe gerade, da ist noch eine Quest. Mal schauen, wo die sie versteckt. Ah, da links ist eine Schriftrolle. Die Schriftrolle, was ist das für eine Schriftrolle? Vorstelliger 2 von 6, okay. Also müssten hier im Gebiet auf jeden Fall 6 Stück verteilt sein, wenn es die zweite von 6 ist. Schauen wir mal, ob wir bei dem Mob uns noch eine erste Stinkdrüse bekommen. Wieder keine Stinkdrüse dabei. Das kann ja was werden, aber es macht Spaß. Das ist zu weit entfernt. Iron Forge mal wieder. Es ist zu weit weg. Geh her rein. Es ist faszinierend. Und? Haben wir Glück? Wieder kein Glück. 3 gelegt. Noch keine Stinkdrüse am Stab. So. Mob Nummer 4. Schauen wir mal, ob der Blaukiemenwanderer etwas für uns hat. Die erste von 7. Fein, fein, fein. So macht das Spaß. Ich bin froh, dass ich mir einen Jäger ausgesucht habe als ersten Char, der für mich die Ironman Challenge spielt. Denn ich mag Char mit Begleitern. Ich mag auch Fernkämpfer. Ich bin jetzt so der Nahkämpfer. Ich bin eher auf Distanz. Und der Vorteil ist halt, bei der Ironman Challenge, erst kriegt mein Pad was ab. Dann, wenn es tot ist, was ich nicht hoffe, da ist ja immer brav heil, bekomme ich was ab. Yeah. Und wir sind schon bei 3 Stinkdrüsen. Nur noch 4. Ich finde es auch süß, wie die kleinen Morlocks da in grün rumtolen. Und bumm. Das ist einfach schön. Ich muss es immer wieder sagen. WoW macht viel Spaß. Also für jeden, der den Spaß an WoW verloren hat. Für wirklich jeden. Versucht euch an der Ironman Challenge. Und ihr werdet sehen. Das Spiel macht viel Spaß. Es ist kein stupides Durchgerenne. Man muss schauen, ob die weißen Sachen besser sind. Ob du Leder trägst, Kette, Stoff, Platte, whatever. Es ist einfach faszinierend. Man muss aufpassen, dass man jetzt stirbt. Man muss aufpassen, was man pullt. Man muss aufpassen, dass man sich nicht einfach irgendwo rein setzt, in ein Wäschpen lässt und schnimmt. Das ist schon sagenhaft. Also ich feiere das Format Ironman Challenge. Mich wundert sowieso, dass ich erst heute damit angefangen habe. Und ja. Wir schauen einfach mal, was alles noch passiert. Wir haben jetzt insgesamt noch drei Quests offen. Da wir ja auch nur drei angenommen haben. Beziehungsweise die Schriftrolle ist die vierte. Aber da müssen wir ja nichts machen, außer mal abgeben. So, und ich vergesse, die Hände zu heilen. Und es fehlen noch zwei Stinkpüchen. Die fliegen bestimmt auch schnell zusammen. Und es fällt einem immer mehr auf, wie groß diese Gebiete doch sind. Als es nicht dieses angepasste Leveln gab, dass die Mobs mit dir steigen, ist man einfach durch Loch muttern durchgerannt und hat gesagt, so, schön maß. Ich bin dann mal weg. Jetzt kann man wirklich Quest für Quest schön durch das Gebiet questen. Man sieht es nicht, man hat Spaß. Es ist einfach sagenhaft. Welche Frage ich mir auch noch immer stelle, ist, darf ich als Tierherrschaftsjäger eigentlich mein Pad wechseln? Darf ich mir ein neues fangen? oder muss ich dieses Pad behalten? Weil es war ja auch in der Regel gestanden, oder habe ich es falsch gelesen, dass man seinen Speck nicht wechseln darf oder den mittlerweile wechseln darf? also mein Stand der Regel ist ich muss mehr heran. Ich muss mehr heran. Also mein Stand der Regel ist immer noch der achte und ich bin mir nicht sicher, ob das so passt. Ich müsste es nochmal nachlesen oder es kann mir einer von euch in die Kommentare schreiben. Darf man den Speck wechseln? Darf man sich ein neues Pad holen? Wie gesagt, ich bin neu in der Challenge. Aber ich möchte euch natürlich von Anfang an dabei haben und dass ihr auf jeden Fall mit mir den ganzen Spaß erlebt. Ich hoffe, es geht lang. Yeah, wir haben die 7 von 7 fertig. Ich hoffe, es geht lang und ihr werdet eine Menge Spaß haben. Vielleicht schaffen wir die 120. Aber das erste Ziel ist auf jeden Fall mal die 40 zu packen oder natürlich wie Moonboot die 60 zu knacken und den BC einzumarschieren. Burning Crusade stelle ich mir heftig vor, weil ich habe mir das Video angeschaut und die Mobs sind da schon. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier ein Loch modern und arbeiten uns jetzt vor zu den Bussarden und zu den Kokolisten. Ja, ich denke schon, das wird trocken. Natürlich stehen da Mobs im Weg, die müssen wir abräumen, weil einmal sterben ist das. Das wollen wir natürlich nicht. was ich mich auch noch frage bei der Challenge, darf ich den Beruf Schneider erlernen, um erste Hilfe zu auszuüben, weil in der Regel steht ja eigentlich Haupt- und Nebenberufe sind verboten, aber erste Hilfe ist erlaubt. Erste Hilfe gibt es ja aber nicht. Das ist ein Update oder das vorige Update. Das haben wir jetzt Schneider bekommen. Daher meine Frage, ist erste Hilfe erlaubt oder nicht durch Schneidern. Ich will es jetzt riskieren, ich benutze keine Add-ons, ich benutze keine Hilfe, ich benutze nur das, was ich bekomme von Blizzard, von den Händlern und was die Mobs natürlich troppen und siehe natürlich nur weißes und graues gear an, sodass nix schief gehen kann. Das ist zu weit entfernt. Ja, ja, Iron Fursch, es ist zu weit entfernt, das schaffe ich noch nicht. Meine, 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 meine Waffe ist zu klein. Ich finde es faszinierend, dass der das immer sagt. Ich möchte mal drauf achten, ob ich wirklich zu weit weg bin, aber meines Erachtens drücke ich rechtzeitig, sobald mein, mein, äh, Menü unten weiß ist und immer rot. Warum der Krokulist jetzt nix getroppt hat, für mich verstehe ich auch wieder nicht, aber so ist es halt in WoW. Manches funktioniert, manches nicht. Manches liegt ja gar nicht drin. Wir haben aber auf jeden Fall schon mal fünf von acht Musarden, Musards, Musarden von den Bussis hier gekillt, was natürlich geil ist. Jetzt kommen sechs von acht, aber auch Kiefer haben wir immer noch keine gefunden. Da oben läuft irgendwas dickes. Schauen wir nochmal hoch, da links. Ich muss lehren. Ich glaube, dass es ein Rahmob ist. Es müsste ein Rahmob sein oder irgendein Quest-Boss, aber ich glaube, es ist ein Rahmob. Er heißt Gosch Haldir und ist ein Rahmob. Er hat 466 Leben, das ist jetzt nicht so extrem. Ich klatsche jetzt noch schön einen kleinen und dann hole ich einen großen. Wenn ich mir da überlege, andere Rahmobs hatten mehr Life, somit müsste ich den eigentlich wie normal umklatschen können. Ich schätze mal so 8 8 Schüsse sind es. Und los geht's. Gosch Haldir. Weil wenn man neue Pads als Jäger sich zähmen können, dann könnte man sich ja so einen Rahmob zähmen. Ich finde das schon nice. Und jetzt sehe ich es richtig, ist Gosch Haldir die Brutmutter. Also was besonderes. Und ein Green drin, was wir nicht benutzen dürfen. Da stellst du die Frage zur Folge 1 dürfen wir bei der Argument Challenge die Sachen, die wir nicht brauchen ins Aha stellen oder ist Aha grundsätzlich tabu? die Schlange jagt den Kleinfrosch auch nicht schlecht. Wieder ein Green dabei. Ich kann das nicht angreifen. Kann das nicht angreifen? Warum? Weil ich natürlich die Leiche ausgewählt hatte und netten neuen Busser. Das war diesmal mein Fehler. Ich habe aufgepasst. Aber das mit der Entfernung, ich glaube es ist ein Fehler von Vio Vio Vio. Aber ich finde es immer witzig, wie ein Forscher hier so rummeckert. Äh, das ist mir zu weit, das schaffe ich nicht. Ich bin auf der Reichweite. Leiche Busi. Dann haben wir auch 8 von 8 und noch 2 Kiefern dann können wir zurück und abgeben. Gott sei Dank sind die Bussis gelb markierten und rot, weil sonst würden die mir hier ständig angreifen. Kroko kommt zu mir. Ich bin auf der Reichweite. ja so ist es halt ich bin noch rot jetzt bin ich weiß also ich hoffe es stört euch natürlich vorständig meckert dass es ihm zu weit ist und dass er kein ziel hat und so so ist es halt im spiel wenn immer alles seine seine 100.000 schätze im jahr da ich aber hobby spieler bin und das hier nur aus spaß macht und euch mit meinem quatsch den ich hier absolvier unterhalten nicht denke ich dass es okay so wir sind fertig wir laufen nach hause besser sagt so ein questgeber und geben ab schon faszinierend wie groß dieses schilfgras ist wenn man als zwerg durch die gegend rennt sogar ein busch ist größer als man es faszinierend ich bin hier angreift greife ich sie an weil wir jetzt so schön angrifflich die beste verteidigung und daher alles alles im grünen ein bisschen umschauen der schwarzbär ist mir aber durch die iron man challenge ist es ja so dass man wenn man alle talente benutzt man darf ja überhaupt nicht die talentpunkte verteilen das ist ja auch ein regelverstoß man spielt somit ohne talente und die grundfähigkeit ist halt cool weil die verändern sich ja eigentlich nicht also mit rota muss man auch keine großartige fahren man handelt situationsbedingt von daher also mir sagt die iron man challenge immer mehr und mehr zu anderen umkloppen ist es dann schon mobbing wenn man die ganzen mobs ummobbt oder ist es alles noch legitim wir haben fast geschärft delt sommer ist schon in sichtweide die letzten bär vor uns dann geht mal die vier quests ab und schauen mal was für ein level wir dann erreicht haben weil ich würde sagen wenn wir dann level 17 sind ist es schon mal nicht schlecht auch hier traue ich mich runter zu hüpfen weil es ist nicht so wir wollen nur leben verloren redet mit mir alles klar der herrzeit auf der hut wenn man es falsch ausspricht ist es einfach nur ein querkiffer da sind wir ein dübel durchziehen der schlingel so also wir sind mit der nächsten abgabe ist sicher level 17 wir hätten jetzt wieder freigeschalten zwei neue innis was uns aber überhaupt nichts bringt da wir in keine innis gehen dürfen es ist schön dass man es mitgeteilt bekommt aber es juckt uns überhaupt nicht das tank geht uns nicht wie man es so schön sagt so frau zielwasser haben wir schon wieder neue aufgabe für uns wir sollen also per pflanzenverkleidung set einen repräsentanten der moosfälle betäuben und hoffen dass es klappt man sieht sich das kann ich heute für euch tun das übliche spiel wir verkaufen unseren beutelinhalt leeren unsere taschen achten darauf dass wir auf jeden Fall kein weißes teil verkaufen was wir brauchen könnten raus klatschen weil ich glaube dass wir eh nicht ins AHA dürfen die Sachen einfach hier theoretisch könnte ich ja das fleisch für meinen Bären aufbewahren aber mein Bär der isst natürlich auch Brot und Käse was nämlich überhaupt kein Problem ist fort mit euch fort mit euch Herr Ofenglut wie nett von dir fort mit euch kann man aber höflicher sagen fort mit euch geht euren Weges edler Herr das wäre für mich vornehmen und höflich da haben wir die pflanzenverkleidung und das pheromon das starke ich bin gespannt was das wird ja ok es ist unten am loch am schönen see wo wir eben schon waren das ist so eine Sache was mich ein bisschen nervt man hat man bekommt Quests statt es dann einfach eine Folge Quest raus zu machen nein man muss immer wieder zurück marschieren und einfach wieder die gleiche Gegend abklappern mit der Quest die man neu bekommen hat das ist so eine Sache die mich ein bisschen stört nicht weil man Zeit verliert sondern weil es einfach nervig ist das ist genau so wenn ich wenn ich zur Eisdiele gehe sage ich hätte gerne Kugel Vanille drehe mich um lauf zurück und noch eine Kugel Schokolade bitte drauf drehe mich wieder um gehe irgendwo hin und komme zurück eine Kugel Erdbeer hätte ich auch noch gerne das macht überhaupt keinen Sinn wenn dann bestelle ich mir die drei Kugeln und fertig und so sollte das auch sein einfach Folge Quest und gut ist so die Kollegen kennen wir ja waren wir ja eben da kommt wieder der Monk Servus Rennen an uns vorbei mit seiner Turbo Schnecke im Schleppdau soo wo versteckt sich der Abgesandte wo ist der wo 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 ich hoffe die sehen mich nicht weil fünf Gegner und ich das ist zu heftig bin ich tot ok ich bin Busch ich bin jetzt George Busch ich bin Busch einfach so ok den muss ich erwischen das ist zu weit entfernt ja ich bin außer Reichweite ja den Spruch kennen wir ich bin schon weit ich fern das klappt nicht jetzt hoffe ich nur dass ich keine Agro ziehe und dass sie nicht auflöst ok das passt der Busch bleibt ich bin der laufende Busch dass ich das erkennen das ist auch ein bisschen witzig so schauen wir mal ist das weit genug nah genug ok hat funktioniert wir können zur Frau Ziegelwasser zurück ok ich bin aus der Reichweite dass wir nicht irgendwie sehen können machen wir Busch weg soo ich hoffe der Molo gewischt mich nicht ne hat es hier umgedreht was der Abgesandene spricht jetzt aus ja wirklich Abgesandene Blaukimm schreit grrrr lalaylalaild abgesanderte moosfälle schreit verflucht sei plötzlich jeder unvermeidliche verrat der tunelrand schreibt manche muss man sich gedanken machen ob das überhaupt noch cool ist was sie meinen köpfen so vor sich geht wir sind gleich zurück und die achse des grässlichen ab und dann schauen wir mal wo wir hin geschickt werden ein mönch steht da rum mit seiner turboschnecke das kleine dorf am loch so nette dame was habt ihr redet mit mir wir haben ein erfolgsfortschritt fein 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 schön danke frau zielwasser so was geht euch durch den kopf verkaufen aber mal aber das maisbrot gibt mir doch mehr gesundheit glaubt da kaufe ich mir mal vier stapel von die verkaufe zurück zeit auf der hund ja danke dass ihr teil meines abenteuers war der iron man challenge ich freue mich immer noch über kommentare und natürlich auch kritik lasst mir bitte auch gerne daumen nach unten aber wenn ihr einen daumen nach unten gibt schreibt bitte warum es bringt mir nix wenn da um nach unten da ist und ich habe keine ahnung wie so in diesem sinne wir sehen uns in folge 3 bis zum nächsten Mal